Einen wunderschönen guten Morgen. So, heute gibt es Sparewebs. Die Sparewebs sind über Nacht, haben sie gebadet in Apfelsaft und sind nun fertig mit Baden und werden weiter bearbeitet. Viel Spaß bei einer neuen Folge Grillen mit Frank. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Grillen mit Frank. Heute gibt es Sparewebs. Ich werde sie in der 3-2-1-Gar-Methode zubereiten. Das heißt, drei Stunden bei ca. 120 Grad mit Rauch, zwei Stunden mit Flüssigkeit eingepackt in eine Folie unter Dampf, 140 Grad ca. Und dann eine Stunde zum Schluss noch mal Rauch mit regelmäßiger Bepinselung mit Barbecue-Soße. Ja, die Sparewebs, habt ihr ja gesehen, sind jetzt über Nacht eingeweicht gewesen in Apfelsaft und werden jetzt dann mit Magic Dust geworbt. Und ja, somit bin ich gespannt, wie es wird. Habe es schon lange nicht mehr gemacht. Das Hickory-Holz, die Hickory-Chips, habe ich auch schon über Nacht einweichen lassen in Wasser. Die sind auch startklar. Somit sollten wir jetzt dann beginnen können. Ja, ich bin gespannt. Bleibt dabei, schaut zu. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Habe schon, wie gesagt, schon lange keine mehr gemacht. Und bei dem Wetter, es ist jetzt gerade recht angenehm. Es hat endlich mal geregnet. Und ja, aber das hält uns beim Grillen nicht auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaut zu. Bis später. Bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.